Was geht ab? Ich hoffe, euch geht's allen gut. Heute ist der letzte Tag. Heute können wir nochmal richtig Gas geben, Power geben. Gebt euch, wir ticken mit meinem Brat ansammeln. Brat ans, Bratinas, Bratuchas, was geht ab? Ich bin jetzt zu Hause. Ich hab Besuch bekommen, brah, von meinem Brater Dieter. Du weißt Bescheid, brah, Berlin lebt. Ich zeig ihm heute meine Hut und so. Meine zweite Zimmerwohnung. Meine zweite Zimmerwohnung. Haha, brah. Schulter, Dieter, Schulter, warte, warte, jetzt. Sag doch, Playboy, guck mal, zeig mal Rücken, zeig mal Rücken, zeig mal Rücken, zeig mal Rücken, nur noch Gucci, Bratan. Das Outfit ist, der zu mir gesagt, meine Sachen gefallen ihm nicht, ich soll sowas anziehen. Brat, du bist jetzt Playboy, das ist mein Geschenk an dich. Das ist ja gut. Was sagst du für mein Album, Brat? Ja, ich hab ein paar Tracks gehört, Leute, also da fang ich ja an zu tanzen. Brat, das geht richtig ab. Schulter, Brat, Schulter. Gip ihm, Brat, du weißt, Berlin lebt. Danke, bitte, ja. Danke, bitte, Brat.